Hallo und herzlich willkommen hier zu einem neuen Video auf dem Tech Nils Kanal und heute gibt es mal wieder ein neues Unboxing, nehme ich heute auch mal mit dem lieben Florian nämlich packen wir heute mal ein USB Sound Interface aus, genauer gesagt das Focusrite Scarlett 2i2 und wie das aussieht und was sonst noch so in der Verpackung dabei ist, das seht ihr jetzt gleich mal nach dem Intro also viel Spaß! Ja, wir packen jetzt gleich mal dieses schöne Gerät aus, das mir auch jetzt der Flo freundlicherweise zur Verfügung gestellt hat weil du selber hast es dir ja auch gekauft, genau, durch einen Fehlkauf eben zweimal gekauft zweimal gekauft und jetzt konnte ich das auch bekommen, ist glaube ich ein ziemlich cooles Ding also er darf es nicht nur jetzt auspacken, sondern er darf es jetzt auch wirklich sein Leben lang behalten das ist richtig coole Aktion auf jeden Fall dann schneiden wir das mal hier auf und dann schauen wir gleich mal, weil das ist ja glaube ich mal nur der Transport Karton, oder? Genau Kommt das so mit dem Karton direkt von Amazon, oder? Nein, es war noch in den größeren, nur wusste ich nicht, ob dann halt noch das DBX drinnen wäre Genau Darum habe ich jetzt eben den originalen Amazon Karton Okay, das ist gerade irgendwas runtergefallen Nein, wieso geht das dann nicht auf? Hm, nicht unfähig Warte, ich schneide das einfach mal hier durch So Oh, ich hab mal den drauf So, jetzt aber Handys auf Lauterschalter So, wurscht, jetzt haben wir es da Da haben wir es, das Scarlett 2i2 Sound Interface mit zwei Eingängen Es gibt das Ganze auch nochmal mit einem Eingang Und das sind halt zwei Eingänge und jeweils halt so ein XLR und Klinkeneingang in einem Sehen wir auch schon mit USB, Focusrite, Better, Faster, Easier, sehr schön, das will man ja immer so haben In rot gehalten, mit Kopfhörer-Anstoß und auf der Rückseite, ja, kann man nochmal, wie man alles ansteckt Interessiert uns jetzt nicht, ich glaube, ah, das kann richtig so abfalten Tadaa Da steht dann auch das Ganze für die Software, damit das dann auch funktioniert Also du kannst es wirklich bei diesem Kopfhörer-Ausgang, kannst du das Ganze latenzfrei dir anhören, wie es sich dann wirklich anhört Okay, das ist echt sehr glücklich Das ist cool, wenn man dann währenddessen gleich mal schauen will So, ein kleiner Infozettel haben wir dabei, und da sehe ich jetzt schon, oh, das rot schaut sehr cool aus Ne, das war auch so mein erster Eindruck, rot, cool Sieht cool aus, legen wir es auch mal hier kurz zur Seite Weil wir haben hier noch ein Kabel dabei, glaube ich Das schauen wir uns jetzt auch gleich mal an Das legen wir hier nach vorne So, das wird ein normales USB-Kabel sein In rot gehalten, natürlich passt das schön dazu Ganz normaler USB-Typ-A-Stecker Ganz normales USB-Typ-2-Kabel Focus Wide steht dann noch drauf Jetzt nicht besonders lang, aber ich glaube, das sollte reichen eigentlich Ziemlich cool, normales USB-Kabel Und ja, dann kommen wir auch gleich direkt zu dem Gerät selber Darüber machen wir jetzt gleich mal hier die Dixo-Streifen auf Dixo, professionell verpackt Ja, ist es Also es ist schon ziemlich schwer eigentlich Das fühlt man irgendwie gleich, dass das jetzt hier was hochwertig ist Weil Focus Wideband macht eh einiges da Nicht nur Interfaces Nicht nur Interfaces Wow Okay Da haben wir das schöne Ding Mit schönem Fuß Cool Okay Schauen wir mal das ganze Gerät mal um Wir haben da einmal, wie schon gesagt, die zwei Eingänge XLR und Klinke kann da beides anstecken Einmal den Gain, um halt da gleich direkt die Lautstärke zu regeln Den Umschalter von Line und Instant, glaube ich, oder? Irgendwie sowas ist das Die Phantomspannung, wenn man sein Mikro wirklich, was halt für eine Phantomspannung braucht, direkt anstecken will Dann der Hauptregler für die Kopfhörer, oder? Nein, das ist der Regler Das ist der Regler für die Kopfhörer Genau Und das ist der Monitorregler, genau Für die Lautstärke Das ist mal die Vorderseite Oben haben wir nochmal das Logo Und auf der Rückseite haben wir dann halt einmal den USB-Anschluss Um das Ganze mit dem Computer zu verbinden Und nochmal zwei weitere Ausgänge, wenn man halt irgendwo anders noch weiter gehen will mit dem Signal In irgendwelche Boxen oder so Kann man da auf jeden Fall nochmal das anstecken Was ich ziemlich cool finde, ist, dass man keinen extra Strom braucht Genau Weil eigentlich bei Phantomspannung, wenn man das will, eigentlich braucht man nicht mehr extra Strom Anscheinend da nicht Also das ist schon mal ziemlich Genau, alles über USB Alles über USB Das hilft auf jeden Fall weiter, wenn man nicht noch irgendein Netzteil um und um schleppen muss Ja, schaut auf jeden Fall ziemlich cool aus Macht einen guten Eindruck Und ja Steht stabil auf dem Tisch Und natürlich dann kann man dann natürlich alles, was man so aufnehmen will Mit der richtigen Aufnahmesoftware Ich glaube auch, dass sieht dies da eh ein gutes Programm, um halt so Audio aufzunehmen Und ja, wir werden das Ganze dann auch mal hinten bei mir beim Computer anstecken Aber ich würde jetzt einfach mal sagen, was ist es hier mit diesem neuen Video? Ich würde mich natürlich sehr bei diesem Video über einen Like freuen Oder wenn ihr mich abonnieren würdet Dann blende ich euch den Abo-Kreis ein Und hier zwei von meinen letzten Videos Also wäre cool, wenn ihr da auch noch vorbeischauen würdet Und checkt auf jeden Fall Florian seinen Kanal ab Verlinke ich euch auch nochmal unten in der Videobeschreibung Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns das nächste Mal wieder Also macht's gut, bis dann Ciao!